Am 12. Oktober wollten Richard und Simone Lugner sich den kirchlichen Segen im Stephansdom holen. Doch dazu kam es nicht. Am 12. Oktober wollten Richard und Simone Lugner sich von Toni Faber im Wiener Stephansdom den kirchlichen Segen holen. Der Tag, dem die beiden seit ihrer standesamtlichen Hochzeit am 1. Juni entgegenfieberten. So sehr hatten sich die frisch Vermählten auf dieses besondere Ereignis gefreut. Doch dazu kam es nie. Am 12. August, exakt zwei Monate vor dem großen Tag, verstarb Mörtel im Alter von 91 Jahren. Ursprünglich wollte die Witwe des Baumeisters exakt am 12. Oktober in ihrem Brautkleid ihren verstorbenen Mann an seinem Grab besuchen, doch stattete sie ihm lieber bereits am 11. Oktober, seinem 92. Geburtstag, diesen einmaligen Besuch ab. Gekleidet als Braut, in jenem Kleid, das ihr Liebster nie zu Gesicht bekam. Text darauf lenkte sich Simone ab, alleine konnte und wollte sie nicht sein. Zu groß der Schmerz und die Gedanken an das, was eigentlich hätte stattfinden sollen. So trat Bienchen eine kleine Reise nach Krems an und besuchte ein Charity-Event. Eierspeise für Hochwasseropferpunkt gemeinsam mit Prominenten wie ORF-Moderator Rainer Pari-Asek, Haubenköchin Liesel Wagner-Bacher und Influencerin und Bäckerin Katrin Pfeiffer, sie kreierte die Hochzeitstorte der Lugners am 1. Juni, rührte Simone Eierspeis an. Der gesamte Erlös ging an die Katastrophenhilfe der Caritas. So kann den Opfern des Hochwassers in Niederösterreich geholfen werden.